Grüß euch, Burm. Ich habe da leider noch einen Schmankerl entdeckt. Und zwar geht es hier um diesen Artikel noch aus der Vogue. Typisch Mann. Eine neue Studie beleuchtet die Wahrnehmung von Männlichkeit im Jahr 2020. Müssen Männer die Hauptverdiener sein und dürfen sie Gefühle zeigen? Die Plattform Bumble hat in einer Befragung untersucht, wie Männlichkeit in Deutschland im Jahr 2020 besetzt ist. Typisch Mann. Was ist das überhaupt? Und dann zeigt man halt hier so einen sensiblen Mann. Auch wenn noch sehr viel Luft nach oben besteht, in den letzten Jahren und Jahrzehnten bewegen wir uns mit mal mehr, mal weniger großen Schritten in Richtung einer modernisierten, gleichberechtigten Gesellschaft. Alteingesessene Geschlechterrollen und Stereotype werden dekonstruiert. Das ist die Sprache der Postmodernisten und der kritischen Theorie, weil die ja glauben, ja, Blank Slate, unbeschriebenes Blatt. Alles ist sozial konstruiert. Und deswegen können wir die Geschlechterrollen und die Stereotype einfach, ja, abbauen wie Lego. Und dann bauen wir uns den Mann so, wie er uns gefällt. Aber so funktioniert halt die Realität nicht. Und vor allem nicht die sexuelle Selektion, die ja vor allem in den Menschen intrinsisch, verhaltensbiologisch verankert ist. Aber dazu später mehr. Und neu gedacht, Erwartungshaltungen befinden sich im Wandel. Um diese Veränderung näher zu untersuchen und auch zu analysieren, welche Auswirkungen sie auf unser Datingverhalten haben können, hat die Dating- und Social Networking-Plattform Bumble in einer Studie mit 5000 Teilnehmer innen aus Deutschland durchgeführt. Dabei lag der Fokus auf der Wahrnehmung von Männlichkeit im Jahr 2020 und deren Auswirkungen auf das Thema Dating. Wir haben genau hingeschaut und einige der wichtigsten Ergebnisse zusammengetragen. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rauskam. Die drei wichtigsten Eigenschaften des modernen Mannes. Mann sein und das Thema Sensibilität sind für ältere Generationen oftmals eine Kombination, die mit dem traditionellen männlichen Rollenbild kollidiert. Inwieweit verändert sich die Vorstellung dessen, was typisch Mann ist? Ist Sensibilität statt Hypermaskulinität schon akzeptiert? Also ich finde es auch sehr interessant, sie wollen es dekonzentrieren, aber zeitgleich konstruieren sie ja dauernd das Bild eines Mannes, aka der fehlfunktionierenden Frau, der dann sehr sensibel, einfühlsam, also wirklich ja endlich zur Frau mehr oder weniger wird. Und die Frauen sollen dann zum maskulinen Mann werden. Das ist ja der Penisneid, der ja angeblich entkräftigt wurde, weil die Männer werden zu Frauen, aber Frauen halt leider nicht zu Männern, versuchen es aber trotzdem. Mei, ob es funktioniert, sehen wir später. Laut der Umfrage werden Hilfsbereitschaft und Respekt mit 58% als die wichtigste Eigenschaft des modernen Mannes angesehen. Direkt gefolgt von Einfühlungsvermögen 45% und dem bewussten Ablehnen sexistischen Verhaltens 41%. Da hört sie es. Aber leider entspricht es dann halt nicht, vor allem weil es hier um Dating geht, um die Realität. Das ist das Verbalisierte, was die Frauen ja immer wieder sagen. Ja, oh mei, ich will den Weiner-Solon und die soll so romantisch sein und Hilfsbereitschaft. Aber das sind ja nur Aspekte, die sie dann beim emotionalen Tampon wollen. Also dem Mann, der immer zuhört, wenn sie wieder von dem Bad Boy letztendlich links liegen gelassen wird. Das ist ja auch diese Diskrepanz, was Frauen ja so schwerfällt, dass sie diese Dinge zwar im logischen, rationalen Glauben zu wollen und halt dann auch verbalisieren, weil es ja immer durch die Medien geballert wird, ja, der moderne Mann ist sensibel, aber sie wählen ihn halt dann leider nicht beim Dating. Und wenn sie vor allem sowas denken, der moderne Mann, das er zärtlich ist, dann überlegt sich die Frau dabei immer, wenn man sie nämlich fragt, ja, was findest du denn attraktiv und sowas kommt dabei raus, dann denken sie schon an den Bad Boy, der ganz oben ist. Das ist die Apex-Fallacy, der Apex-Fehschluss. Der Mann, der schon am Ende an der Spitze der Dominanz-Hierarchie ist, der Leonardo DiCaprio und wie sie alle heißen, die ja schon diese ganzen Mr. Sexy, Alphaness, Bad Boy-Verhaltensweisen mit an den Tag legen, aber dass die dann genau zu ihr diese Hilfsbereitschaft und den Respekt des Einfühlsvermögen und das ganze restliche Blabla zeigen, weil sie ja dann da auch den Mr. Stabil haben. Sie wollen also den dominantesten, größten Alpha, den sie mit ihrem eigenen sexuellen Marktwert, dem Aussehen anziehen können, an sich binden und der soll dann bitte diese Aspekte mit herbringen. Aber das liest dann so der normale Mann und denkt sich so, ja, hm, jetzt bin ich hilfsbereit, respektvoll und tue sexistisches Verhalten bewusst ablehnen. Also da kommt er halt aber leider nur in die Freundschaftszone und wird dann als emotionales Tampon häufig dann auch missbraucht, weil es gibt ja auch diese äußerst genialen Memen, die packe ich euch jetzt nochmal aus. Will einen Freund, der links, feministisch, öko, vegan, antirassistisch, genderbewusst, pro-homo und antisexistisch ist, schiebt ihn in die Friendzone ab und bumst Hakan von McFit. Und es ist deswegen so geil, weil es halt immer wieder in der Realität, in der gelebten Erfahrung, wie wir ja auch immer hören, muss man halt auch mal die gelebte Erfahrung der Männer darstellen, sich widerspiegelt. Und da können wir so lang brappeln, wie wir wollen, ja, dass er jetzt noch mehr Sexismus ablehnen muss und mehr Hilfsbereitschaft an den Tag legen muss, dann passiert ihm halt das. Weil, wenn wir uns da die Studien anschauen, habe ich ja für euch schon tonnenweise durchgekaut, markiere ich euch gerne nochmal oben, wählen Frauen ja immer wieder den Christian Grey. Deswegen verkauft sich ja Fifty Shades of Grey so drastisch 125 Millionen Mal im Vergleich zu dem hilfsbereiten, netten, unsexistischen Typen. Weil der Christian Grey ist ja dieser selbstverliebte Narzisst, der dann auch die Frau auspeitscht und an der Leine durchführt und was weiß ich. Und auch alle anderen Arztromane, da sehen wir halt immer diesen dominanten männlichen Typ, der dann halt hier, wie es unten weiter im Text dann steht, genau das erfüllt, was ja angeblich so unsexy ist. Geld und körperliche Stärke gelten nicht mehr als zwangsweise männlich. Angefangen bei Darstellungen von Göttern und Heldenfiguren entstand ein Ideal des Mannes, dessen Körperbild von Stärke und physischer Überlegenheit geprägt wurde. Über Jahrhunderte hinweg wurde diese Idealvorstellung weitergetragen. Laut der Umfrage verbalisiert ist, das ist halt das Problem an diesen ganzen Verbalwissenschaften. Soziologie und Verbalwissenschaften und Sozialwissenschaften, das fußt zum großen Teil nur auf so Umfragen oder dann sagt man so, ja, die Frau hat gesagt, der Typ soll nett sein. Joa, passt. Dabei beleuchten die diese Diskrepanzen, die zwischen dem Gesagten und dem Verhalten letztendlich vorhanden sind. Und Frauen ist es, wie gesagt, selber selten bewusst, weil sie ja dann nur immer an den Top-Dog sozusagen in der männlichen Dominanz-Hierarchie schon denken und sich dann die Hilfsbereitschaft und Co. von dem erwünschen. Aber halt nicht von dem Mann, der halt der reguläre Typ ist, der dann halt letztendlich das emotionale Tampon ist, wenn er nicht klassische dominantere Verhaltensweisen der typischen Männlichkeit an den Tag bringt. Das ist halt das Problem. Und dann wird den Massen, den Bluepilz, das dann halt hier auch immer wieder reingehämmert. Und dann wundern sie sich, warum sie dann letztendlich betrogen werden und keinen Erfolg mehr mit Frauen haben. Genau wegen so einem Schwachsinn. Laut der Umfrage von Bumble wird körperliche Stärke aber heute nur noch von 13% der befragten Personen als repräsentatives Merkmal für Männlichkeit angesehen. Auch erfreulich, nur noch 7% der Befragten erwarten, dass der Mann Hauptverdiener ist. Und ich markiere euch auch das andere Video gerne nochmal. Da sehen wir, was passiert, wenn der Mann nicht der Hauptverdiener ist und der Brotgewinner der Familie. Die Risikobereitschaft einer Scheinung steigt. Und natürlich, dass der Mann rape-divorced wird, dass ihm 50% seines hartes Arbeitenden der Geldes gestohlen wird. Dann hat er meistens noch einen Sorgerechtsabspruch mit dabei. 80% der Sorgerechtsansprüche kriegen die Frauen und gewinnen auch. Und das sind halt lauter Risiken. Und vor allem die Zufriedenheit der Frau sinkt auch drastisch, wenn die Diskrepanz des Status zwischen Mann und Frau in der Beziehung sich immer mehr angleicht. Und vor allem, was auch für Männer wichtig ist, wenn das Haushaltseinkommen unter 20% von einem Mann, also wenn der Unterschied unter 20% liegt, dass sich Mann und Frau unterscheiden, dementsprechend steigt die Sexlosigkeit auch noch drastisch an. Inklusive, wenn er dann Hausarbeiten erledigt und, mei, Männer wollen halt auch mehr Sex in der Beziehung. Aber das wird halt hier leider nie beleuchtet, weil man dann halt einfach sagt, ja, passt. Nur der Mann muss sich ändern. Die Frau, die ist ja der Zenit der Menschen in Schöpfung, und deswegen sagt man ja auch immer wieder, Männer sind fehlfunktionierende Frauen. Und man versucht ja dauernd diese typisch weiblichen Verhaltensweisen, höhere Verträglichkeit, mehr Hilfsbereitschaft und, ja, Anpassungsfähigkeit, den Mann anzutrainieren, dass man dann noch mehr den gleichen Unisex-Menschen hat, der dann der perfekte Sklave in der Plantage des Steuerzahlens ist. Sozialer Druck, was es anscheinend braucht, um ein richtiger Mann zu sein, lässt sich bis heute noch in dutzenden Selbsthilfebüchern bis hin zu YouTube-Videos ausfindig machen. Trotz langsamen Wandlungsprozessen zementiert die klassische Rollenverteilung noch immer den Mann als den Beschützer seiner Familie. Und da sie glauben halt, ja, verbal wissenschaftlicher Schwachsinn, dass es sozial konstruiert ist, musst du bloß ein bisschen mehr umsozialisieren, haust du ein bisschen da, mehr Werbung rein und dann, zack, machst du den Mann unbeschrieben auf dem unbeschriebenen Blatt zur Frau und dann ist er endlich der richtige Mann. Und dann passt es ja, ne? Nichts weiter daran auszusetzen. Ebenso wird der richtige Mann oft auch als unabhängig, dominant, leistungsorientiert, sportbegeistert und stark beschrieben. Ja, und warum kommt denn das? Warum wird denn sowas immer wieder durchgespült, über die ganzen Kulturen hinweg, über die ganzen Länder hinweg? Weil Frauen durch sexuelle Selektion diese Fitnessmarker bevorzugen und Männer, die eben genau das an den Tag legen, immer besser wegkommen. Das sehen wir bei der Reproduktionsfähigkeit dieser Männer, die dann weitaus häufiger die biologischen Väter der Kinder sind. Weil auch in der Geschichte der Menschheit haben wir gesehen, 40% der Männer in der Gesamtheit haben sich reproduziert im Vergleich zu 80% der Frauen. Und da sind halt immer die dominanteren, unabhängigeren Männer, die höher im sozioökonomischen Status auch waren und weiter oben in der Dominanz-Hierarchie, immer besser weggekommen. Und dadurch wird es erstens soziokulturell verstärkt, aber natürlich auch verhaltensbiologisch verankert durch sexuelle Selektion. Das wollen halt die Verbalwissenschaftler leider immer noch nicht wahrhaben. Aber für euch ist es wichtig, dass ihr das erkennt, dass wenn ihr ein Kerl seid, dass es halt primär dadurch um Unabhängigkeit, Dominanz, leistungsorientierte, die Leistungslast sagt man immer, Männer sind die Human Doings und Frauen sind die Human Beings, ist halt auch durch die sexuelle Selektion immer wieder so verstärkt. Das geht mir einfach nicht in den Kopf rein, warum das die Verbalwissenschaftler einfach nicht sehen. Aber die sind halt in ihrem Elfenbeinturm, in diesem Intellektuellen, wo es halt nur la 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 Verbalwissenschaftler und dann machen sie ihr gegenseitiges Kreiswichsen da oben in Berlin und denken so, boah, heute haben wir aber wieder was geschafft. Zurück zum Text. Typisch Mann, jeder dritte Mann schweigt. Die Umfrage hat ergeben, dass über ein Drittel der Männer, 35 Prozent, mit niemandem über Beziehungsprobleme sprechen, sondern diese mit sich selbst ausmachen und damit immer noch einem eher traditionellen Verhaltensmuster folgen. Ja, diese ganzen Emotionalitätssachen kennen wir ja alles, wenn man mit Frauen vor allem oder ja, über Probleme, ungelöste Probleme spricht, was passiert dann? Dann heißt es so und sie findet es unattraktiv, die Sexualität sinkt in der Beziehung und vor allem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann einen Mann sucht, den sie dann als Orbiter letztendlich als Plan B nebenher hält, wenn der dann höheren Status, höhere Dominanz zeigt, das dann ins andere Lager rüberschwingt und das ist natürlich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die aber trotzdem da vorhanden ist und sich erhöht. Heißt nicht, dass man nicht über seine Beziehungsprobleme sprechen darf, sondern halt nicht mit Frauen, primär mit Männern, die sich damit halt auch auskennen, weil sonst hört man bloß wieder diesen Blue Pill Rat. Ja, das ist einfach du selbst. Ein nur ähnlich großer Anteil an Frauen, 32 Prozent, fühlt sich laut Studie in Deutschland in der Lage, aus Stereotypen Geschlechterrollen auszubringen. Und es sind halt immer diese Kampffeministen, die dann kurze Haare und Beinbehaarung haben, total unsexy und total ungeeignet für die Erziehung gesunder Kinder. Deswegen werden diese Frauen dann überhaupt auch nicht selektiert, wenn es hier um die sexuelle Selektion durch Männer geht. Das Problem dabei ist, dass es halt primär darum geht, um diese Geschlechterrollen, dass du vor allem Kinder in einer funktionierenden Familie am besten durchbringst und psychologisch am gesündesten in die nächste Generation lässt. Denn man sieht, dass akute oder chronische Single-Mutter eine hohe Gefahr ist für eine Gesellschaft, weil vor allem dadurch Männer keine positiven männlichen Rollenvorbilder kriegen. Und man sagt ja immer, Frauen sind eher so emotional und kümmern sich um die Emotionalität. Männer sind eher dafür da, Grenzen zu setzen. Und genau das sehen wir, dass in funktionierenden Familien oder zumindest bei denen, die nahe herankommen, der Vater durch Raufen und Toben dem Jungen dabei hilft, mit seinen Aggressionen mehr sich auseinanderzusetzen und dadurch auch dann Grenzen zu setzen. Und wenn man dann da mehr und mehr diesen Kampf gegen klassische Geschlechterrollen vorantreibt, vermute ich, meine Verschwörungstheorie, wollen sie die klassische Familie immer mehr auseinanderreißen, um sie mehr staatsgefügig zu machen. Weil dadurch kannst du natürlich mehr Kinder in die Kita, was ja zu 90% den Kindern schadet und nur 10% der ganzen Kitas in Deutschland richten keinen Schaden an. Also Kitas sind im Großen und Ganzen der letzte Rotz. Trotzdem pusht man solche Dinge mehr, was natürlich alles dann in negative Aspekte, negative Gesundheit für die Kinder sich widerspiegelt und dann auch im Zinseszins sich gesamtgesellschaftlich zeigt. Und das ist das wahre Problem. Aber diese Ideologen versuchen das natürlich weiterhin zu pushen, die Zerstörung der Kernfamilie, weil das ja eigentlich der Tragpfeiler erstens des Staates ist, dass der Staat nicht Überhand gewinnt, zweitens, um möglichst psychologisch gesunde Kinder auf die Welt zu bringen und drittens damit diese Staatsprogramme wie Kita und all diese steuerfressenden Mittel nicht noch größer werden, weil sie ja im Großen und Ganzen nicht funktionieren. Aber wenn da hier die Geschlechterrollen mehr auseinander gehen, vor allem wenn es der Mann macht, dann ist ja er das Zentrum der Familie. Er ist ja dann genau für diese wichtigen Aspekte da, damit es nicht ausartet und in so einem Superstaat endet. Und deswegen glaube ich, dass die das hier dauernd versuchen, den Mann zu entmannen und die Männlichkeit als fehlfunktionierende Weiblichkeit darzustellen, dass der Mann eigentlich eine Frau sein soll, um da diese Familienstrukturen zu zerstören, um noch mehr an Macht zu geraten. Weil der Mann und Männlichkeit an sich die größtenteils einzige Barriere und Einhaltungsfähigkeit diesen ganzen Prozesses sind. Und deswegen pushen die so hart gegen Männlichkeit. Das ist meine Verschwörungstheorie. Ihr könnt es mir ja mal wissen lassen in den Kommentaren, was da eure Theorien sind oder was ihr davon haltet. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch!